Aber schon ein Boot alleine, ja? Toll! Das wird eine lustige Fahrt. Das ist nicht lustig. Also schreit man nicht, gell? Jetzt gehts los. Zu spät. Aber nicht, dass irgendwo es dann von hinten ausdreht. Ich werde Bescheid geben, wenn wir es kommen. Ich weiß nicht, siehe. Ich werde dich informieren. Wer ist auf dem Rafting? Nicht verkehrt war, nein! Also nicht aufstehen beim Rafting, gell? Ich verstehe ja nicht. Dann wärst du jetzt nass gewesen am Höschen. Sei kein Höschen, das ist ein Männerunterhose. Nein, 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 nein. Der ist so gemein doof. Wo ist er, wo ist er? Verschwingt, verschwingt, verschwingt. Ja, 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 ja. Ich habe Glück gehabt. Ah, aber genau das nicht. Achso, Moritz, warte mal. Nein! Das ist heiß, komm mal drinnen. Scheiße. Ich habe echt Glück gehabt. Titel, Salud. Aha. Ach, sehr weh. Ich will ganz nachholen. Oh, die Musik ist schön. Oh, das ist schön. Oh, nein. Ja, das ist das. Komm, mach dich nicht nass. Mach dich nicht nass. Mach dich nicht nass. Ja, das ist Rafting. Oh, nein. Das war nicht nassig. Ja, ist das lustig. Eine Skifahrt, die ist lustig. Oh nein, meine Schuhe sind ganz nass. Ja, einfach nass. Oh nein. Stille, waschen lassen. Wie. Wie. Ja. Ja. Also, ich habe bis jetzt Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, das war aber neu. Nein, ich bin da gut gesessen. Ich habe meine Schuhe sind ganz nass. Euch fein hat es erwischt eigentlich voll, gell? Ja. Ja. Könnte ich nicht in den Händetrockner reinstecken? In den Stehhändetrockner. Oh, meine Tasche. Oh, jetzt. Ja, jetzt wird es doch lustig. Nein. Ja, alles gut. Das war knapp daneben. Ich glaube, das ist ein Sommerprogramm jetzt. Nein. Nein, nein, nein. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Danke. Super. Wir freuen uns. Ja, das ist so ein Krüppel. Ja, wirklich. Ich habe nur noch viel erwischt. Ja, wirklich. Ich glaube, der war eh enttäuscht, wenn wir uns gefreut haben. Ich glaube, der war ein bisschen enttäuscht. Ja, hi. So. Eins kommt noch, eins kommt noch. Ja, dich muss er zwar erwischt. Nein, nein, nein. Jetzt wieder umdrehen. Genau. Nein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schaut meine Hosen an. Ja. Ich glaube, jetzt sollten wir Silbers da fahren, dass wir trocknen. Gut, dass ich das Handy da habe. Ja. Der wischt uns nicht. Wir sind leider zu weit drüben. Wir haben Glück gehabt. Ja, da kommt auch was. Aber wir werden gerade überholt. Wir werden nicht. Jetzt spritzt man den da. Ey. Spass. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Na, das ist so süß da. Ja, ist es so süß da. Aber bei Hosen, siehst du immer die Wettersee. Ja, bei rechter Schuh ist nas und ganz unten. Ja. Das ist so süß! Das war lustig! Seh, wer ist da? Vorsicht! Achtung, Achtung! Das ist geil, ja? Es werde Licht! Ja, rafting! Also, ich glaube, mein Rucksack ist nasser als ich. Das geht gar nicht, dass wir wackeln. Ich habe Glück gehabt! Ja, jetzt kommt ein älter Bisch. Ja, der geht am besten um die Stoppen. So!